Letzte Sendag reden wir von dein. Und wir reden von wo Gott uns eine Gouw gejeft hat, oder hat uns alle eine Gouw gejeft, zum Arm dein und zum einen Ungerscheid merken für Arm. Und so wir sehen, letzte Sendag, dass jeder ein von uns hat eine Gouw. Jeder ein von uns hat ein Wort gekriegt von Gott, zum einen Ungerscheid merken für Arm. Diese Sendag werden wir in einem Niental miteinander gingen, aber das ist nach der Säule, so zu sagen, und das letzte Sendag, das wird von der anderen Säule gekriegt. Und so, diese Sendag werden wir in einem Niental miteinander gingen, von jedem und von uns jelt. Jeven und jelt. Und so, wir wollen immer den nächsten paar Sendag und bete kicken, am nächsten Sendag wird Isaac reden, aber wir wollen den nächsten paar Sendag und bete kicken, wort hat Gott gesagt, immer dort jelt, wort wir haben. Wort hat Gott gesagt, und wort wir dort sein Brücken, und wort wir dort haben. Und so, ich gehört ein paar Frauen, wort ich mich abstellen, und ich will nicht nur Frauen, die dürfen nicht auf Lüdes beantworten, aber ich kann mich mit etwas greifen. Ein von euch ist, wort du das Geld, was du hast? Ich glaube, mese alle von uns haben ein kleines Geld in der Pfub, die erbracht hier in der Kirche, wir haben ein kleines Geld von dir, und wir wollen so ein Ding her tun. Worst du das Geld brücken, wort du in der Pfub hast? Was hast du plant mit dort? Was sagt dein Geld über dein Hort? In andere Wird, wenn wir kicken, wo wir uns Geld brücken, und das sagt uns ein Schauf, von wo uns Hort ist. Und wann immer wir von den Tümern reden, von Jeven und von Hort, dann müssen wir das verstehen, dass wir reden nicht so sehr von Samen und Kandidaten, aber wir reden von uns Hort. Und so, was wir dort so storten und kicken, wir reden von uns Hort, von dir. Was sagt dein Geld, wein dein Hort? Ich weiß, Larry Burkett, vielleicht kann es sagen, von dir, der ist nun gestorben, aber er wird in der Städte, und er hat viele Programme für Geld, und weil Christen sollen mit Geld handeln, er wird ein Lehrer, was gekannt wird, oder was Menschen wissen, er redet von Geld. Und so, er sagt, er weiß mir, wo du dein Geld brücken, und er wird die sagen, wo du dein Hort hast. Und so, was sagt uns Geld, wenn wir uns Hort? Doe wir richtig geben, desto richtig geben. Was meint das? Richtig geben. Generous giving. Weit die Jesus beweist uns, wo das meint, richtig geben. Jesus, das Verbild für uns, heißt das, dass wir hänger angehen. Und er kommt in der Erde, und er weiß uns, was er mir richtig geben, und das ist, wenn wir nicht geben. So er kommt von Himmel, hat alles, was er am Gehörgern verfallen, er kommt, warte um, er kommt in der Erde, starf, verdient für mich, stund ab, so er gebt sein Leben für uns, er gebt uns sein Wort, er gebt uns sein Heiliger Geist, und wieder steht, die Bibel sagt, Paulus sagt, dass Jesus uns alles gegebt, wort uns fehlt, zum veranleven. Jesus hat uns alles gegebt, wort uns fehlt. Und so Jesus, als er verbildt für uns, wort es meint, richtig zu geben. Er gebt alles. Er gebt alles für uns. Weit die manchmal Menschen glauben, dass Gott, als ein Gott, die nehmt. Wir haben manchmal von Tiendal geredet, wir haben manchmal von verschiedenen Dingen, als wir glauben, Gott, als ein Gott, die nehmt. Er nehmt meine Dinge, er nehmt mein Geld, er nehmt das für sich selbst. Und weit ihr Gott, er ist ein Gott, der nehmt. Und weit ihr, was er von dir nehmt? Er nehmt deine Sinn, er nehmt deine Krankheit, er nehmt deine Schwagheit, und was er gebt hat die Träge? Salvation, er gebt die Radung, er gebt die Gesundheit, er gebt die Segnung. Er sagt nicht, dass es immer was gut ist, aber Gott gebt uns sehr, sehr, sehr viel Träge. Er gebt uns das Leben, und er gebt uns das Gäude. Denk mir bloß, was dein Zeugnis, und was dein Leben geändert hat, von dann, was du Gott kannst. Und dann weit ihr Gott, er ist nicht ein Gott, was bloß Gäude Dinge von uns nehmt, er ist ein Gott, was die schlechte Dinge von uns nehmt, und gebt uns Gäude Dinge. Wieder aus dort, er gebt uns alles, was wir haben, und wir wollen von dir, und bitten, um dort zu checken. Für wir in dort nennen, und will ich bloß sagen, dass uns Geld, so wie wir mit uns Geld handeln, das Wort verändern, was wir Jesus tun. Und andere wird, wenn wir Jesus tieren, dann war wir mit Geld anders ankommen. Dort mat. Dort mat. Wenn es blitzt, dann rümmelt dort. Ein kämt, dann kämt den anderen. Wenn Gnud und Answort nennen kämt, dann schält es dir ut, und das wird wirklich geben. Und ich kann ein paar Beispiele, wo wir dort kämt bäckchen. Der erste ist ein Lukas 19. So, wenn ihr eine Bibel mit habt, dann dreht ein Lukas 19. Wie wollen wir in den Klima kämt, fahrt ein Achen nehn. Wenn ihr dort ein Fuhn habt, dann dreht du ein Achen. Lukas 19, fahrt ein Achen nehn. Und er sagt, so steht, jetzt wo er Jesus ne Nicodemus kämt, und fängt den nach dem Baum, und er wird den Tagskleid da, und er kann Jesus nicht, und er sagt, von der werde ich gut mit dir eten. So, er geht in Nicodemus sein Haus, und das ist nicht Nicodemus, sorry, so Chaos. So Chaos in Haus. Nicodemus, da wird ein anderer. Der zweite ist so Chaos in Haus, und sie äten du an Jesus verteilt am, von seinem Leben, und von den Sehnungen. Und auf einmal steht so Chaos ab, und er sagt, dann stimmt so Chaos ab, und sieht zum Herrn. Herr, schau mal, ich war der Hof von mir haben geholt, der Ome geben, und wann ich irgendwer, was Eier erreicht aufgenommen habe, dort, wo ich feiermal trägt will. Und Jesus seht, von dem, dass meine Errachtung nicht in das Haus gekommen ist. So, Zacchaeus, hat Gott seine Gnud ab einmal, hat Gott seine Gnud, an sein Hort, plötzlich steht er ab, und sagt, ich war anders, mit meinem Geld. Was hat Jesus immer sein Geld? Wie war das? Wie war das? Aber sein Hort war verändert. Und vor allem wird seine Geldtosch verändert. Vor allem. Das ist interessant für morgen, so schnell, dass sie in Hort verändert wird, dann wird seine Geldtosch verändert. Und hier seht ihr Dinge, die nicht mal Wehr sind, würden wir sagen. Wo wäre das Asset, Holt von dem Haben Geld weggegeben. Und wenn du irgendwer im Haus wurde, oh, ich habe aufgefahren, Feiermal trägegeben. Wo war ich denn dort Feiermal trägegeben? Und die Teichs collectiert dann, die doch nicht in Schau, sie doch nicht in Schau. Die doch nicht in Schau. Die doch nicht in Schau. Aber er sieht, er hat sich verändert, und er wird meine Geldtosch auch verändern. Lukas, Kapitel 3. Hier ist Johannes, der Däuber. Er predigt Büsse, und Menschen sollen kommen Büsse daun, und er wird die Däuber. Und es soll kommen zum Menschen, der Arm und Frauen an. Wo sollen wir dort bewiesen, dort wie nie ein Leben haben? Wo sollen wir dort bewiesen, dort wie verändert sind? Was sagt er? Lukas 3, Versch auf, der ich vier Tieren. Johannes seht da an, wer zwei Sorts Kleider haft, soll den Eingewende Scheine haft. Und wer zu Eten haft, soll dort Krieg so merken. Und dann können die Tagskollektor haben sich die Däubern und die Frühe in den Liedern, wo sollen wir dort bewiesen? Er seht da an, klagt nicht mehr, als wird das Gesetz verlangt. Und dann können die Tagskollektor sehen, wo sollen wir dort bewiesen? Er sagt da an, nehmt keinen mit gewalt Geld auf, und wird keinem falsch beschuldigen, und sie ist zufrieden mit dem Lohn. So da kommen drei Sorts Menschen in den Armen und sagen, okay, wir haben ihnen nie das Leben. Wo sollen wir das bewiesen? Jeder ein von den Antworten wird er geifert mit Geld verdauen. Jeder ein von den Antworten wird er geifert mit den Dingen, die sie verdauen. Er haben geht, so zu sein. Er hat zwei Sorts Kleider, die sie verdauen. Er sagt, er ist zufrieden mit den Lohn. Nehmt nicht Menschen Geld auch weg. Nehmt nicht mehr, als wird das Gesetz verlangt. Jeder Antwort wird er geifert mit Geld verdauen. Was fragen sie, wer Geld verdauen? Nichts. Sie fragen nicht, wer Geld verdauen. Sie fragen, wo sollen wir dort bewiesen, dass wir nicht verändert sind? Dann sagt er, er handelt anders mit dem Geld. Was anmählich, dass wir Jesus tagen können, dort nicht, wo sollen wir nicht mehr machen, wenn er Geld verdauen kann. Und so wird er geifert. Ich will drei Punkte geben von dem, wo wir ein bisschen beticken wollen, von ans Geld. Und so, wenn ihr die Hand haben abschrieben, dann schreibt er ab, in so einem von diesen Faschen, die wir durchgehen wollen, schreibt er ab, und dann lest er zu. Vielleicht mit den Frühen, wenn du befriedet bist, wenn du noch nicht bist. Lest er selbst, vielleicht mit den Kinder. Und der erste Punkt ist das. Gott und alles, wird er haben. Gott und alles, wird er haben. Er hat er geschrieben, dass er sich bloß sind für Volta. Und so, Gott und alles, wird er haben. Hier, ich will hier zum Faschen, hostig, der kann, keine Idee abschreiben, darf nicht unbedingt mit Blät drin, wenn ihr nicht wählen. hier ab 41 Faschen auf, sagt sie steht, alles, was unge den Himmel ist, es meint, sagt der Herr. Nun sagt er in Psalm, feierend finde ich, Faschen 1. Ein von David in der Psalm, er sagt sie steht, die Herr, die Ehr, die Ehr, die Ehr, die Ehr sind, die Ehr sind, und alles, was du bist, die Welt, und all die, die du bist, die Ehr sind, die Ehr sind, die Ehr sind, die Ehr sind. Haggai 2. Vers 8, sagt Gott, dort selber es meint, und dort Gott es meint, sagt der Herr, der alles regiert. 1. Korinther Sass, Vers 19 und 20, 1. Korinther Sass, 19 und 20, sagt sie steht, So wenn wir eine Reiffeierfahrers in Tickendown, wort haben wir ihr lebt? Gott eint alles, ob er eint die ganze Ehr. Hast du nichts gelohnt? Ich habe zwei Acker, wo mein Hüspuchen steht. Wer eint dort? Gott. Er sagt, er eint die ganze Ehr, und wieder ist dort alles, was du bist. Alles, was du bist. Dort sagt Gott eint uns gelohnt, er sagt, all die selber, und all die Gold, es meint, sagt der Herr. Hast du gelohnt? Hast du gelohnt in deine Fülle? Wem ist das dort? Wer eint dort? Er sagt sogar, dein Charpa, ihr hättet die selbst nicht. Wo wein, wenn es Jesus haft, die ihr kommt, von dir in Pris? Dein Charpa. Du wein verherrlichen, wie Gott mit uns Charpa. So wir wollen nicht nennen, ob er dort zu wein, doch wichtig ist, ob er uns Charpa gesündet hat. Wir verherrlichen Gott mit uns Charpa. Gott eint alles, wort er kann, ak sie sind verwolter. Ein verwolter, wie sagt, ak sie vielleicht nicht selber, kommt mit dem Wort, applaud dich, aber wir sind vielleicht gekommen, mit dem Wort, unger wird. Wir sind unger wird. Wir haben ein wird, ein unger arm, als der unger wird. Wurde hat der unger wird. Der wird der wird sein. Wir sind, so zu sein, Gott, den unger wird, so zu sein, immer die Dinge, die er uns hat. Wir sind die verwolter. So wurde wir mit unsere Dinge, die wir haben. Dort wird der wird sein. Hast du ein wird, mal ihr fragt, wort ihr so stehen, mit dem Geld, mit den Dingen, Freu haben. Freu haben. Weit ihr, in unger wird, die wird betult, für was sie da, right? In unger wird, wort betult. Woviel tultst du die Salz, zum Gott, in unger wird sein? Gott hat uns gelten, entscheiden, woviel wir uns Salz tun. Von uns Geld. Was wir haben, was wir kriegen, was wir machen, woviel von dir tultst du die Salz, für die Salz zum Brücken. Wie sind sie in unger wird, hei eint alles, vielleicht sogar am Freuen. Vielleicht sogar am Freuen. So der erste Punkt, wird Gott eint alles. Okay? Der zweite Punkt, ist, wie sind geraubt, zum Räglich geben. Wie sind geraubt, zum Räglich geben. Zweite Korinther 8. Weit ihr in den Niedestament, wann wir kicken, von Städten, wo es von Geld reden wird. Ein von der gerade, längsten Städten, in den Niedestament, wo es geht, von Geld geben, ist Zweite Korinther 8. Nein. So, wann ihr mal Zeit habt, dann lest du da. Ich glaube, ihr wollt etwas lernen, von was Gott, von was Jesus will haben von uns, wo wir mit uns Geld umgehen. Zweite Korinther 8, Vers 2, sagt es, er redet hier von der Tioch, und er ome jähnt. Und er sagt, die sind in ihrer Trübelts, und die sind so hart versagt worden, stand auf geblieben, die sind stand auf geblieben, und wann sie auch sehr ome sind, haben sie doch jähren richtig gejäft. Und so, was passiert hier? Die Tioch in Jerusalem jängt durch eine schwere Tioch. Die jängt durch eine Tioch, wo die Fehlverfolgung kriegen, die jängt durch eine Tioch, wo die nicht rief haben. Die jängt durch eine Tioch, wo sie meist nicht zu essen haben. Und so, nun sind hier mehrere andere Tioch, wo Paul ist angefangen hat, und nun will er mit diesen anderen Tioch reden, zum Geld kriegen, zum Trägen in Jerusalem bringen, zum die Tioch durch mithalten, dass die Menschen dort nicht zu knoppen haben. Und so, er schickt den Tioch vom, und er sagt, nun werden wir die Hälte aufklagen, zum Janne breit er dort halten, wenn sie entfällt dort. Und so, er schrift hier in dieser, er schrift hier in der Korinther, und er redet von der Tioch, die in Macedonia ist, und er sagt, sie haben sie richtig gejäft. Sie werden sie an, sie haben dort knop, aber sie haben sie gejäft. Und du weinst, wer wir dort breiten, zum Jund aus Korinther ansporen, sie werden sie auch richtig gejäft. So, das wird hier an, und so, er sagt, sie haben sie richtig gejäft, verseben sie. Sie sind in alles so recht, im Gläuwen, im Reden, im Verstuhn, in Anhöhnend sein, und in Andere Goud sein. So seid nun, du anu, dass sie auch in diese genug zum Jeven uitteknen. Und so, Paulus sagt, dass sie werden sie und sie richtig gejäft. Und dann sagt er, die Dinge, wo er sie richtig wird. Und dann sagt er, okay, nun werden wir auch richtig gejäft. Nun werden wir auch mit, damit die Dinge, die wir haben, zum den Nächsten halten. Wo wen? Wenn es Jesus auf uns hat verändert. Jesus hat auf uns hat verändert. So, dass es nicht, dass Jesus nun nicht die kommt und sagt, nun musst du das tun. Nein. Heil zählt, er kann alles gejäft für dich, um ein Biesbäle zu sein, für dich, wo was tun? Wo wird das in Ungescheidung mehr an dich? Wo wird das dein Hort verändern? Und wenn dein Hort erst verändert ist, wo wird das deine Jaltos verändern? Der Verstuhl sagt, dass es steht. Die sind hier mit unserem Herrn Jesus Christus seine Gnud bekommt, Und wann er auch richtig wird, wird er auch am Jünger halten, damit die, die durch seine Ohren müssen, können richtig werden. Und so er sagt, Jesus verleiht alles, was er hat, kommt in die Erde, wird er auch für uns, damit wir ein veränderndes Leben haben, und damit wir ein richtig sein können. Und was von wem? Bloß in Geld? Nee. Aber an diese Dinge wird er hier kurz abnehmen. Und glauben, und reden, und verstehen, und sein Geld zu leben, und sein Geld zu leben. Und wenn Jesus erinnert, dann sollst du recht sein in diese Dinge. Du wirst recht sein in diese Dinge. Bist du hier, Lebenswasser, wir glauben, dass Jesus zu leben, uns nicht das Leben zu geben. Und wenn Johannes 10 und 10 sagt, dass wir uns das Leben zu geben, und das Leben fällt ab. Das ist was es, dass wir recht sein in diese Dinge. Das ist was es, dass wir recht sein in den nächsten Leibwiesen. Das ist was es, dass wir unheilend sind an uns glauben. Das ist was es, dass wir nicht ungeklinkt wurden von Sinn an uns leben. Und das ist was es, dass wir rechtlich geben. Das ist was es, dass wir rechtlich geben. Nur Gott sind wei. Nur Gott sind Königlich zu sein. Das ist was es, dass wir nicht ungeklinkt werden können. Wir sind geraubt. Wirklich, das ist wirklich geben. Den dritten Punkt, es so steht, so haben wir ein Goof zum Geben. So haben wir ein Goof zum Geben. Der letzte Weg, als wir kiekten die verschiedenen Goofen, die Jesus uns gegebt hat, in Römer Kapitel 12, dann sah wir doch, dass ein von den Goofen, die er uns gegebt hat, auszeugt, so haben wir uns geben. Römer 12, Römer 12, Vers 8, sagt, dass wenn ein Goof geben ist, dann geben wirklich. So wie sind alle geraubt zum Geben, aber some von uns haben eine besondere Goof zum Geben. Some von uns haben eine besondere Goof zum Geben. Wenn wir kiekten die 2. Korinther 9, Vers 11, hat er gesagt so steht, die wurden alle Sieden haben richtig gemerkt, dass die Reis utdeilen kann. Weitere sind so Menschen, die Gott eine Goof gegebt hat, die Gott eine Goof gegebt hat, die Gott eine Goof gegebt hat, die Gott eine Goof gegebt hat. Und wir fällen uns manchmal ein bisschen, fragen wir dort in der Türke. Wo sind wir nun von der Rede? Aber weitere Wort, Gott hat som von uns eine Goof gegebt, die Gott eine Goof gegebt hat. Heimel so ein Mensch, ihr Sein, mens alles, was er ansteht, vertraut. Er merkt Geld. Er merkt noeinscheid. Weitere Wort, das ist ein Sein von Gott. Dort ist eine Goof, wort Gott gegebt hat, wo er wein, wenn es Gott auf den Plänen gibt. Gott auf den Plänen gibt, und er hat mir ganz begonnen, dort in Matthäus 28, er sagt, Go in die ganze Welt, und ihr werdet die ganze Welt für mich. Vertraut euch von mir. Lied er nicht, was meine Wege sagt. Wo ist es allen Goof, und mein Wege. Weitere Wort, sind die ganze Welt gewandt für Jesus. Was ist ein von den Dingen, wort es da viel von Brücken? Geld. Gott geht nicht umsonst zu tun. Und so, wenn wir kicken in die Welt, und wer wird es sein, dort Geld schwammt in die Welt, so zu sein. Du hast alle Geld in die ganze Welt. Und Gott sagt, ans Wort von dort Geld, dort wird ein Fehl, für meine Arbeit zu tun. So, was sagt er? Er sagt, eigentlich war die, die Goof geben, zum Samen von dort Geld anbringen. Wo er wein, zum dort die dort scheinen geht? Nee, wo er wein? Zum dort, wir kennen die Welt, für wen, hier werden, für Jesus. Und so, hier ist das Geld, und Jesus sagt, ich war die, und die, und die, und die, scherchen. Nü guten holt, das Geld mit Taub, wenn sie haben, die Goofen, zum dort daun, und anwärter, wo er mit Brücken, zum, mein Mission daun. Und weitere, das ist, was wir alle daun, auf ein Wege und anderen. Das ist, was wir alle daun, wie verdäunen Geld, mit unser Arbet, vielleicht mit Dingen, für Köpen, mit verdäunen. Wir verdäunen Geld, und wir holen das Geld taub, für Jesus. Das Geld, was hier, so zu sein, schwammt in der Welt, wir holen das Taub, verarmt, zum dort, seine Mission, von ihr doon wollen. Zum dort Menschen, kann von Jesus hören. Dort passiert hier eine Koi, dort passiert, mit Missionoren, was rüttet vor, und dort ist eine Raub, wort wir alle haben, aber du seid wasser von uns, haben diesen Goofen, von Geld geben. Diese Goofen, von Geld geben. Erste Timotheus saß, vor 17, 19, er sagt so steht, sei die Rücke in dieser Welt, dass sie nicht so stolz sein, in ihrer Hübnung, auf das unsäkert Geld saßen, aber auf Gott, der uns wirklich alles schenkt, um dort mit Frieden zu bringen. Mit Frieden zu bringen. Und so heißt hier, sagt die Rücke, dass sie nicht so stolz werden, sie sollen nicht ihren Hübnung auf Geld saßen, sie sollen das auf Gott halten, aber dass sie kein Ehren Geld mit Frieden verbringen. Und so das ist nicht, dass wir niemand alles vertreten, und kein Nisch haben. Das ist nicht, wort ich sei. Aber, wenn Jesus uns heute verändert, dann wird es verändern, wo wir mit uns Geld handeln. Und Jesus sagt, auf dem anderen steht, dem, der viel gejagt ist worden, wird viel verlangt sein. Hast du einen Schauf? Dann hast du auch viel verlangt. Vers 8 hier, sei, dass sie sein, goet it down, dass sie recht sind, und alle goethe Wurken, sie sollen mildewerig sein, ich glaube, das ist auch mein Generous, mildewerig sein, und hier in anderen aufteilen. Wodurch sie sich ein Schatz sammeln, das ist eine goethe Grund, für die Taukung vielleicht, und all hier das Wort leben kann. So was ist das Wort leben? Mit anderen, nicht bloß Geld, aber vielleicht unsere Guben, was wir haben. Lassen Sie nachreden, wie von unseren Guben. Vielleicht ist dort Eten mit Deilen, vielleicht ist dort bloß Leuf mit Deilen, vielleicht ist dort mit Lieden sein. Das ist das Wort leben. Das ist das Wort leben. Jakobus, der sagt, auf dem anderen steht, Jakobus Kapitel 1, er sagt, was war die Religion? Das ist die Arme halten, das ist die Halten, die keine Äldren haben, Orphans, das ist die Welt für das Halten. Das ist das Wort die Religion sagt. Das ist Gott dein. Wod meint er? Wir haben ein Wort, was richtig geeft wird. Nicht bloß Geld, aber Geld ist ein großes Wort. Hast du ein Wort, das richtig geeft wird? Kikst du die Ramm für die Opportunität, für die Leerheit, für die Leerheit? Oder kikst du die Ramm für die Leerheit, für die Leerheit zu kriegen? Esther. Wie sind wir mit der Geschichte von Esther? Vielleicht selber. Ich will ein kleines Vertrauen, was du dort nicht kannst. Esther ist ein Bürger in dem Olden Testament und das ist eine junge Früh, wo ein Königspalast gekommen wird, wenn es heute will, sich eine König, Queen, was heißt Queen auf dich? Königin? Okay. Ich will sich eine frische Königin kriegen. Die Olle wird an den Olden. So, er war nun in der Nähe und so, er rupt all die mit alles Taub und Esther wird ein von dich. Er wird ein Jüd. Und sie kämpft in den Palas und es met am Taub mit den Königin. Und er sagt, ja, das ist ein Wälder. So, er nimmt dich. Okay, so sei es nun die Königin. Er wird ganz, es lohnt. Und dann kämpft du in die Tide, wo du in Pluen kämpfst, ein Gott sind vorig. Und nun wollen sie all die Jüden opriemen und sagen, nu sit ich genug mit diesen. Nu wollen wir die mal opriemen. Und dann ist Esther da ruid in Ongerscheid zu machen für die Jüden. So ist ruid dich zu raten. Und dann kämpft er in Tio in die Ar und sagt, du bist für krägst in die Tide hier in der Palas. Nein, bra. Für krägst in die Tide ist das. Und dann wird, Gott wisst, in der Zeit, wenn es ein Pluen wurde abkommt um die Jüden oder er offremen, er wisst dann, dass es passieren und da ist, wenn sie Esther hier nahm bra. Und dann wird er hier so drücken. Jozef, krägst die Tide zu denken. Weit ihr was? Gott hat die Tide zu denken mit uns. Gott hat die Tide zu denken mit uns. Gott hat ein Pluen die ganze Welt von Abend zu vertellen. Gott hat ein Pluen, sie ein Wort und die ganze Welt nachher zu bringen. Und er weiß, dass er hier all die Welt und da ist wie er hier die wird geäft. So dass er was hier das geäft. Kom ihr mit? Gott hat die hier vielleicht Geld, von der wir reden von Geld und er hat die die Gouw zum Geld zu merken, wenn sie hier zu bringen. die Tide zu merken. Er hat die Tide Er hat die Tide wie seid ihr raubt, verkrägt, seine Tide und steht. Die Gouw wird wie ein Ola. Die haben die gekriegt, verkrägt, seine Tide und steht. Und wenn die Gouw hat, zum Geld geben, dort es die geäft, verkrägt, seine Tide steht. Zum In Ungerscheid merken, zum Sehen Wurt verkennen, zum Sehen König rekt, vergrat, wenn es auf einen Tag soll es für ihr sehen, wird sein, wer Ola seht. All die Selva und all die Gold das meint . ist, von denen wurde viel verlangt worden. In wem viel unvertraut ist, von denen wurde viel gefordert worden. Weit ihr, wir glauben hier, wir glauben doch, wir sind gezehnt, zum ein Sehen sein. Gott hat uns gezehnt, er hat uns richtig Dinge gegevt, zum doch wir können richtig geben, den Nächsten. Jesus kämpft an uns hart und er verändert uns und wir sagen ab einmal den Mission wird er hat für uns und wir geben alles haben wir sagen von der mehr Leute an sehten wir geben alles haben verdiene ihr wenn wir sagen wir geben alles haben dann wollen alles haben geben haben wir haben die Geld was up to down so so haben den Groove von Geld geben und weit Groove weins wir sind am glich mit dort aber wie sollen Menschen Motto sprengen wenn du hast dann bräck den nicht bloß zum Geld in der kregen das nicht von wo ich rede ich rede von den Geld bräck zu meinen ungescheid merken für Jesus und den König regen zu den ungescheid merken für die Menschen die nicht am can und weit die have man ganz nicht Gott die sagt jo wir haben einen Gott und wenn du mit einem reden seht jo wir haben einen Gott und seht diesen anderen Arm ja und sie nur mit Jesus ah dort wird sie nur mehr ich habe lange gewundert die wissen nicht dass Jesus sein Gott wird in dieser Mohn hier abgewachsen kregen man ganz wir glauben flog alle menschen rammans kan Jesus oder die weiten weins von ham aber die don nicht so wir måten das vertale wir wir ryt for wir mitten mitten wir mitten vote over dort ein von den geringen was wir gejält Gott hat uns gejält Gott hat uns de gov gejält som du kan wieder gejält ich ich werde vertellen von mein leven vote Gott in diesem Adria hat mein leven gejält wenn es diesen ganzen teum von richtig gejält dort ist mir nicht an so zu sein dort ich war bloß in die selts und irgendeine gejält ich macht mich anstreng um das ich habe mich gelehrt aber ich mache mich anstreng um das mein früh und ich seh nicht am last weg so gleich Keks te baten was to give man be hand for na m up is an climate in your shank type me like was so wince 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 gejält got shoft on me wince 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 for andren died and he zed new wince die mat and dis aria bose and so we horden uh Und wir hatten einen Schild, und ich sah immer dort, wen das kann ich nicht geben. Und Gott kam zu mir und sagte, wen sie nicht geben, das hast du das. Und so wir schafften mit dort, und Gott, die haben Angst, dass wir so schildfrei waren. Und so wir dachten, was wir mussten, wir verkaufen, was wir mussten. Wir schafften vor einigen Jahren sehr erschrocken mit diesem Projekt zum schildfrei waren. Und endlich kamen wir bei dem Tag, wo wir den letzten Schild oft tun hatten. Und dann da habe ich gesagt, man, kicken wir all das Geld, was wir haben, wir brauchen einen Schild oft tun, wir haben uns nicht mehr in Cancun, sondern wir brauchen uns nicht mehr Schild. Wir brauchen uns nicht mehr Schild. Was wir gesagt haben, Gott? Ich kann dir, aber hier, wir brauchen, dass du mich, ich geben. Und so habe ich gesagt, nur, dass du meine Schild hast, immer gehören, nun, ich gebe meine Schild. Und Gott schafft an mein Haut, wenn es, ich wollte ihn sagen, für mich wird es schwer. Und er hat gesagt, wir sollen meine Schild. Und er hat gesagt, aber in Wurz, wir dürfen bloß 10%, wir dürfen bloß ein Tiendal, und das ist alles, und nun haben wir den Tiendal gejagt, so nur den 90%, nun können wir uns nicht mehr in den Schild. Und er hat die Meier gejagt, und er verlangt meine Schild. Und so Gott led uns an den anderen Weg. Und ich sage nicht nur, dass es bei jeder einem ist, aber, wann wir dort sein, wo gut hat uns gewasst ist, wo viel genug hat uns gewesen habt, und wo viel hat uns gejagt habt, wo Tja wird dort alle Drehung. Wir wollen den Nächsten mit da. Wir wollen den Ungerscheid mehr, und von Jesus, mit uns Geld ab. Und so, Menschen kommen manchmal nach meinen Freunden, wo wir da mit Geld geben, und wo fangen wir an, und wo schafft das alle? Vielleicht fangen wir an mit den 10%. Wir haben von heute hier, im Olden Testament, ihr leert Gott seinen Feig, und sie sollen ein Tiendal aufgeben. Das ist eine Gäude steht im Anfam. Für uns als Christen, und es ist eine Gäude steht im Anfam. Aber wann wir erst wieder die Länge kommen im Leben, und wenn wir sagen, wie Handflächen in Hüssen, wie Handflächen von diesen verschiedenen Dingen, wo uns fehlt, dann soll wir uns selber beten, in den Grab, dann muss wir nicht so ein Tiendal mit mir geben. Woviel tust du dir selbst, zum Gott, den Unger wird sein? Ich und Debbie, wir werden ein paar Jahre trägt auf einer Konferenz, und du werden Redner, sie nimmst Rick Warren. Vielleicht kann ich den Rick Warren, erst da wurde in Büch geschrieben, auf Purpose Driven Life. Rick Warren hat dort Büch geschrieben, und er sagt, dort Büch hat der Mischte Bäcker verkauft, von irgendeinem Büch in der Welt, mit dieser Bibel. So er hat, das letzte Mal, wo er gehört, wird 35 Millionen Kopien, 35 Millionen Kopien, von dem Büch haben sie gekauft. Und heute wird bloß ein Tredjahr, in irgendeinem Zeug. Und so ihr könnt euch vorstellen, dort 35 Millionen Bäcker verkauft, irgendeinem Geld. Millionen Dollar. Und so er hat die Zeugnis mit, ab dieser Konferenz, wo wir hier sind. Er hat in seiner Früh, als er sich befrieden, sie mögen seine Entscheidungen sehen, wie wir in jeder Jahr mehr Prozent weggegeben, aus dem letzten Jahr. Prozent, nicht Dulasch, Prozent. Und so er sagt, was ist die Jahre, hat sie da knapp, und dann ging sie ein Viertel Prozent nach. Ein Jahr hat sie vielleicht ein Viertel Prozent, in der nächsten Jahr ein Viertel. So haben wir heute das Geld, so dann ging sie ein Viertel Prozent ab. Vielleicht Viertel Prozent. Da wird jetzt noch ein 30 Jahr befriedet, und heute ist es, dass sie das Jahr haben wir das Waren abgedeckt, von 90 bis 91 Prozent. Was sie weggegeben haben, nicht was sie haben. Was sie weggegeben haben. Wo sie sehen, wenn sie sehen, wie sie haben alles, was uns fehlt. Aber viele Menschen haben nicht, was ihnen fehlt. Die haben nicht Jesus, die kann nicht die Worte haben. Und Gott hat uns hier sehnt, mit dem Geld, und wir wollen dort wieder reken, und wieder in Sehen sein, zum Beispiel, wir können die Welt gewähren, für Jesus. Die werden ihr auch zum Geben. Und so, was sage ich hier, ich will nicht, ich will nicht, wenn wir nur bloß ein paar, ein Nummer stecken, aber wir denken an das Wort. Was sagt uns Gott? Was sagt die Wort, über die Geld? Und ich will die Meldung, und diese nächste Woche, ich bed, über die Geld, und was du da mit ihm jetzt. Und frage Gott, was was für mich haben, Gott? Was ist all ich da mit, die Geld? Wer wird abstoen, und beden. Jesus, ich weiß, ich weiß, dass du uns gut bist, und ich weiß, dass du was gute Dinge von uns, für uns, und ich weiß, und ich weiß, hanged out. Gott, Gott, help uns, te wursen, und das. Help me, te wursen, und das, Jesus. Gott, ich will an mein Wort rechtlich geben. Und du hast mir so viel rechtlich gegeben. Jesus, ich bed, du wursch uns wieder für anderen, und wir werden wieder wursen, und unsere Leben für dich. Wir werden wieder wursen, und unsere own bedung für dich. Du bist ein Gäuhrer Gott. Ich bed, in deinem Heiligen in deinem Jesus. Amen. Amen.